Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Runde Enigmatica 2 im Expert Modus Juhu Ja Ja und zuallererst den Abo Knopf da unter unserem Bild nicht vergessen Das ist ganz wichtig Und ein Däumchen wäre ein Träumchen Und schieß mich tot, lass einen Kommentar da Und whatever alles so gesagt werden muss Sollte auch So Wir stehen vor einem neuen Gebäude Wir haben am Donnerstag gestreamt Nein, heute ist Donnerstag, Mittwoch 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 hatten wir gestreamt Da habe ich so ein bisschen dieses Gebäude mal gebaut Ja, das ist nachher Wir müssen noch von Oh Gott, was ist Nuklear-Craft? Ja, Nuklear-Craft Ja? Ja, Nuklear-Craft Irgendeine Uran Ja, auf jeden Fall brauchen wir hier verschiedenste Reaktoren Ich habe mal geguckt, die sind meist so 7x7 groß Darum ist das schon ein bisschen angedeutet Genau Ich habe schon mal die Felder so abgesteckt Ich hoffe, die Fabrik reicht aus, dass ich sie noch größer bauen muss So haben wir erstmal unser kleines Häuschen Genau Jetzt mal so ein kleines Update Wir werden die nächsten Tage noch ein bisschen live streamen Wir müssen Wir müssen, wir haben hier noch ein bisschen was zu fixen Also, das erste, was wir fixen müssen Ist ganz unten hier in der Ecke Der Atomic Reconstructor Müssen wir mehr haben Ja, das mache ich auch Ne, da machen wir eine Folge draus Das machen wir nicht im Stream Machen wir eine Folge draus Weil das, denke ich, ist auch interessant Wie man das richtig automatisiert Weil das haben wir auch nicht in der Folge gebracht Gut, dann machen wir das in der Folge Dann machen wir zweitens mal die ganze Geschichte Ich habe hier schon mal zwei Blackpool-Tanks hingestellt Und das ganze System alles in ein Flüssigkeits-ME-System zu bauen Genau Das wird nochmal ein großer Live-Stream Hier die Seite auch Hiervon brauchen wir einen Turm Weil wir haben jetzt eine Idee Wie wir das schaffen mit Zwölf Sachen halt in ein Rezept reinzuknallen Genau Dass wir das auch automatisieren können Das ganze Ding muss noch um uns schön gebaut werden Dafür bauen wir das komplette Dabor in die Richtung hier Noch wesentlich weiter aus Weil die Shanks da geladen sind Wir könnten natürlich auch noch eine nächste Ebene bauen, aber Ich weiß nicht Wir haben ja noch Platz bis nach unten, ne? Ja Also für eine Ebene auf jeden Fall noch Eins, ach, für zwei Ja, das Ding muss ein bisschen Luft haben Ja, nicht, dass es nicht exkludiert Kennen wir ja schon Ja Also das sind so Boah Tschüss Tschüss, genau Auf jeden Fall erwarten uns noch ein paar Live-Stream Und das müssen wir Ja, dann müssen wir hier noch Den einen Den Modular-Maschine hier Wie auch immer die jetzt heißt Advanced Carpenter Oder irgendwie so Genau Advanced Carpenter Ja Der braucht noch einen größeren Item-Input Genau Wir haben nämlich hier an der Seite nämlich nur Wie ihr seht Ein Sechser Ein Sechser Und das ist jetzt schon nämlich schon was passiert Was eigentlich nicht passieren sollte Da ist nämlich hier in der Kiste ein Item drin Der Niederstern Der vorne rein muss Der da vorne rein muss Ah Und so Genau Und das ist das Problem Das ist das Problem Weil um den einen Kern zu machen Muss er die Kerne davor machen Was das alles in dem Ding gemacht wird Jetzt ist die Möglichkeit A Einen zweiten bauen Oder halt B Einen größeren Item-Input Weil es ihn nicht stört Wenn da noch andere Sachen mit bei sind Also wird es B werden B werden Genau So Dann habe ich Oh Ganz viele Stunden hier ein bisschen was vorbereitet Äh Die haben wir in der letzten Folge ja schon vorbereitet So Ich werde mal Alles aus Willst du anfangen? Ja Äh Ich muss jetzt einmal ganz kurz überlegen Ich habe jetzt Ha 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 Wir haben noch einen Block vergessen Das Ultimate Ingrid fehlt noch, ne? Ne, das Ultimate Ingrid ist da doch noch Ach da Die Kristalle Aber das ist nicht so schwer Davon machen wir mal ein paar Der Chest ist eh zu klein, ne? Die Chest ist zu klein, ne? Wir brauchen auch noch, äh Den Draconic Energy Core Haben wir den denn schon? Davon haben wir nur zwei Die können wir craften Guck mal hier Ich habe hier noch eine Zauberkiste im Gestalt Ah Guck mal da sind die restlichen Die wir brauchen Super Das habe ich nämlich alles vorbereitet Ganz näher stehen Ich habe hier den Die Farm hier Immer schön geguckt Dass die wirklich alle paar Sekunden Müsse tötet Extra alles Vorbereitet André Seit gestern Abend Vor heute noch Fleißig Denke ich mal War ich Ja Kann ich nicht anders sagen Gut Ich hänge jetzt schon mal Die Items auf Zwölf Blöcke Reicht das? Acht Acht brauchen wir ja So Dann brauchen wir jetzt Immer einen Angel Ring Drinnen Den lege ich immer nach Und dann lege ich immer noch So eine Rüstung nach Oh ich habe eine Beschädigte Rüstung Oh mit der macht er das Doch bestimmt wieder nicht Ne? Äh Hatten wir nicht Irgendwie so einen Alten Repair Der hat noch ein bisschen Saft Oh hat noch ausgereicht Wollte gerade sagen Du hast hier noch So ein Tal wieder Ja da ist er Ja ne der lag im System So okay Jetzt müsste Alles drinnen sein Der Avaria Block Muss immer wieder rein Und jetzt muss immer nur noch Das Equipment rein Irgendwas fehlt Irgendwas geht nicht Der Helm fehlt Oder also das Equipment an sich Habe ich schon oben reingepackt Hier Zwei Ja äh Wir machen das nicht hier drin Sondern Den Ja mit dem wird es gemacht Haben wir das jetzt bei Äh ja alles klar Ähm Her damit Her damit Äh das machen wir jetzt aber nicht Machen wir alles per Hand einmal ne Ja Wir können es ja direkt reinlegen Und dann bleibt es ja drinnen Teil mal so ein bisschen Achso Ne wir können ja kein Stack reinlegen ne Ne Musst du auch teilen Ne ich mein du kannst ja auch nicht Zehn Stück gleichzeitig reinlegen Ne Okay ich hab meine fünf Items Die ich immer legen muss Rezept nicht gefunden Ja du hast eins Du musst die doppelt machen André Achja stimmt Entschuldigung Guck Eigentlich hat er genug Strom zum ziehen ne Eigentlich ja Was steht denn da wie viel AF das braucht Hast du mal geguckt 4 Millionen Aber eigentlich hat er doch genug Ne Ne das braucht nicht 4 Millionen Das Ding braucht 1,4 Milliarden Äh ich fliege mal ganz schnell zum Reaktor Und saugt eine Million AF pro Tick Äh also zur Verfügung haben müssen wir die logger Ja Aber bis da so viele Milliarden AF reingelaufen sind Dauert's Ich hab manchmal das Themenbildschirm wieder an Zack Hab ich gerade überhaupt nicht dran gedacht Ich dachte wir bauen jetzt so gemütlich Eigentlich hatten wir uns geplant Wir bauen jetzt gemütlich diese Rüstung Und verstärken diese Rüstung noch 1,02 Millionen AF 1 ist fertig Ja hab ich gerade gemerkt Hat er gerade aufgehört Joa es geht aber noch Das machen wir einmal für meine Rüstung Und dann machen wir das für deine Rüstung Zeitraube Na gut So ich komm ja schon Jetzt muss ich noch reinlegen Deine Rüstung Deinen Helm habe ich dir schon hingelegt Ach man So So Hier Dein Helm Kannst du das andere Teil von deiner Rüstung auch gleich mit reinlegen Ihn stört's ja nicht wenn hier mehrere Sachen liegen Mach alles so dass du es Dass du es dreimal jetzt machen kannst Erstmal Hab ich Ja müsst ihr euch leider ganz kurz mal ein bisschen gedulden Das ist der Wahnsinn Ja Oder wir machen es Wir machen es Wir machen es Wir machen es anders Wir machen das jetzt Unsere beiden Rüstungen In einer Folge Und in der nächsten Folge Update Willst du den jetzt gar nicht ohne Also willst du das komplett ohne Zeitraffer machen Naja Ich hoffe es geht mal ein bisschen schneller Ach du Ja naja Er lädt nur eine Million RF pro Tick rein Ein Tick ist eine halbe Sekunde Sprich zwei Millionen die Sekunde Das dauert trotzdem So Jetzt liegt auf jeden Fall schon mal alles für deine Rüstung drin Ich könnte euch mit angucken Was ist das für schön Die ganzen teuren Items die hier liegen Genau Ja haben wir noch gleich irgendwas zu sagen Bald fängt ein neues Projekt an Darüber könnten wir noch mal eine Runde quatschen Jetzt wo wir jetzt eh grad hier bloß stehen und gucken Ja Und zwar Minecraft Magical Wir können noch nicht genau sagen wann es los geht Denn ein Termin steht noch nicht hundertprozentig Er wird voraussichtlich In ein bis drei Wochen starten Sobald ich richtig informiert bin Irgendwann im Februar soll das Ding starten Geht halt hauptsächlich um Magie-Mods Das ist momentan jetzt auch von einem Ich möchte einfach auch mal sagen Kleineren Minecraft YouTuber Ins Leben gerufen worden Von dem Und Momentan sind jetzt bisher 27 Leute angemeldet Wobei ich noch nicht genau sagen kann Wer das jetzt alles ist Ich habe alles drin zu liegen Nein Das andere Teil Die komische Dings fehlt in der Mitte Ja das hier hast du Mein guter Die Kristallmatrix hast du Nein Nein das Die komische Rüstung Wo ist die denn Es liegt alles Das sehe ich nicht Ich sehe nur hier Hier liegt eine Angel Ring und die Rüstung Ja ich sehe die Ich sehe die Angel Ring Die Rüstung sehe ich nicht mehr Okay Jetzt Ja ich habe jetzt nochmal zugepackt Aber Ja okay Minecraft Magical Ist äh Ja letzten Endes ein Modpack Was sich Mit Magie beschäftigt Und da wir hier auch schon ein bisschen Erfahrung mit Magie-Mods gesammelt haben Denke ich mal Dass wir da ganz gut vorankommen werden Genau Mit so viel Technik Genau also Wenn ihr da Interesse dran habt Was da kommt Dann sagt gerne mal Bescheid Dann kann ich auch gerne mal Eine Auflistung aller Mods Die jetzt so Dabei sind Äh Einfach mal unten in die Comments hauen Oder wir sprechen die auch mal durch Weil einige Mods davon kennen wir Aber wir kennen auch nicht alle Sprich es gibt auch wieder neue Sachen zu lernen Ich freue mich immer am meisten drauf Wenn man irgendwie so neue Mods Und die dann auch wirklich Von 0 bis 100 durchspielen kann Ja Dass du wirklich auch alles komplett draus lernst So ich glaube jetzt ist meine Rüstung dran Richtig? Bist du komplett? Ich bin komplett Dann machen wir jetzt deine Rüstung Eins Zwei Drei Vier Mal gucken was er zuerst nimmt So ich bin leer Ja ich noch nicht Ja und da wollen wir halt mal ein bisschen dann Im Februar daddeln Was dafür eventuell ausfallen wird Ist Stoneblock Wenn Hendricks bis dahin nicht durchschafft Wird das eventuell mal Vereint sind Oder öfters mal ausfallen Weil das Minecraft Magical Soll halt auch So ein Teil Stream und YouTube Projekt werden Da müssen wir gucken Wie wir das unter einen Hut kriegen Hinten ist nur einer frei Ne? Sollst du nur das? Ja ich hab noch genug Also so ist nicht Nur so nah mit Da hinten ist keiner frei Das siehst du bloß wieder nicht Okay Ja also Mad Max wird eventuell auch pausieren Während der Zeit Weil So ein Projekt mit Multispielern Natürlich doch ein bisschen mehr Zeit In Anspruch nimmt Genau Und wir hoffen Wir hoffen Dass die Eni so Halb es geht Halb es geht Durch haben André rausnehmen In der Mitte Achso Ja ich denke Das wird nichts Aber Da lass ich immer die Hoffnung Genau Ähm Was noch Ist Tom Brider Ich hab nächste Woche nochmal Urlaub Ich werd versuchen Tom Brider Für die die das gucken Äh Weitestmöglich Durchzuspielen Ansonsten wird das eventuell auch Ab und zu mal Auf der Strecke bleiben Weil wir uns da jetzt Dann wirklich in dieses Livestream Projekt Wirklich gut rein Ja Livestream Projekt Sag ich schon Dieses neue Modpack Mal richtig schön reinhängen wollen Aber Eni muss halt auch noch sein Und Eni ist halt Wie ihr wisst Viel viel Vorbereitung Durch diese Echt teilweise Zu komplizierten Rezepte Ja Idee Dass es ja nicht so einfach mal So eine Rüstung zu bauen ist Wie lange ich jetzt Ja Ich weiß gar nicht Ich hab glaube ich jetzt Vier Fünf Sechs Sechs Stunden oder so Hab ich jetzt Vorbereitung Zeit gemacht Aber hast du ja gestern Abend Im Stream auch schon Ja gestern Abend Zweieinhalb Stunden Ja aber danach Hab ich dir nochmal ein bisschen Nachgelegt André Ja ja Ich mein bloß Du hast ja Zweieinhalb Stunden Auch schon im Stream Er hat hier vorbereitet Während ich Ja Ich hab das Ding Umgebaut Und ach Alles so Gucken Angezetten So Ich hab auch alles Ach ja Ja ich sehe gerade Jetzt hab ich alles drin Ich hab nichts mehr im Inventar Sehr schön Ja dann Habt ihr heute mal gesehen Wie wir uns zur Rüsten machen In der nächsten Folge Geht das weiter Da kann ich ja schon mal was zeigen Kann ja schon mal zeigen Genau dann haben wir das Können wir in die nächste Folge Wollen wir nämlich Versuchen Etwas kürzer zu halten Und wollen eigentlich noch Ein paar Drachen hauen gehen Weil wir Drachenherzen Für irgendwas Ne Quatsch Dracheneier Dracheneier brauchten wir Für irgendwas ne Ja und die Kiste Hab ich auch schon vorbereitet Also ich Wie ihr seht Es ist immer schon Alles Vorbereitung Hier ist so die Kiste Pass auf Also hier geht's los Hier sind die ganzen Updates Drinnen Für die ganzen Rüstung Wenn ihr da mal Shift drauf drückt Dann seht ihr Level wiefern Lass ich mal durchlau Level Draconik Und Chaos Oder Chaos Entweder leckt der Discord Oder lecke ich gerade Nö du leckst nicht Komm dann seht ich lecke Also Ja deine Stimme kommt bei mir Verleckt nehme ich an Deswegen hab ich jetzt Ich hätte aber gedacht Das ist eher mir Liegt Achso Also für das Basic Brauchen wir zweimal einen goldenen Apfel Zweimal dir Ich brauch einmal wieder Das mittlere Item Entschuldigung Schmeiß es mir sonst einfach raus Oder leg es in die Kiste Hier Trauch mal ein Ich brauch keins mehr Das ist der letzte Wir wollten auch noch die Waffen Und alles machen Naja die Waffen Die werden uns auf den Bogen Spezialisieren Und das Und das Draconic Stuff of Power Die Sachen brauchen wir So Basic Also zweimal Um den Bogen zu machen Müssen wir sogar Erst wieder Dings upgraden Ich glaube ja Guck ich gleich nochmal Müssen wir auch erst wieder upgraden Ja Also zweimal goldener Apfel Zweimal Diamant Ender Auge Draconic 4 Und den Key Äh Kapazitäter Das ist denn der hier Ne So Basic Alles vorbereitet Vifern Alles vorbereitet Und Draconic Alles vorbereitet Alles schon abgezählt Ich hab die coole Rüstung an Richtig So Jetzt nochmal für euch Das ist Vifern Neter Sterne Draconic Core Smaragd Vifern Core Und den Key Und den Key natürlich Und Draconic ist Neter Sterne Da ist der noch Dem Core Smaragd Blöcke Und Erwägten Core Das hab ich schonmal alles Vorbereitet Und das sehen wir alles In der nächsten Folge Ciao Ciao Jetzt zeig dich nochmal Deiner schönen Rüstung Ach Mann Deine Hose guckt an der Seite durch Ach ne Das ist Das ist Die Rüstung Ja Das ist die Rüstung Gut Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal